Willkommen wir aufm Berg wieder oder was? Berg? Warte mal, ich muss Gamma, äh, Dings wieder rum, äh, fick dich. Sound runterstellen. Gamma meinte ich. Ach, hattest du Gamma hochgestellt, du kleiner, du kleiner Bug-User? Das ist kein Bug-User, das ist ganz normal. Macht jeder. Ich nicht. Weil du ein Idiot bist. Nein. Wenn das Spiel will, dass ich nichts sehe, dann soll ich auch nichts sehen. Es ist immer noch ein Spiel, you know what I mean? Können wir von hier irgendwas sichern? Was denn, ey? Warte mal, ich gucke mal ganz kurz in die... Oh, so krass hell. Aber ich sehe was. Schon mal ganz gut. Auf den Silos scheint keiner zu sein, warte nicht raus rein einfach. Ich will grad, wir haben nämlich rechts hier direkt die Schuhe. Okay, okay, okay. Geh rechts, geh rechts zur Seite, geh rechts zur Seite. Ach du Scheiße. Alles klar. Hast du was gesehen? Ja, gar nicht. Okay, alles klar. Du siehst meine Position, ne? Ja. Dahin, wo ich ziele, da sind die Silos und links davon, da sind, ist noch so'n, so'n, so'n hohes Silo. Da hab' ich zwei bis drei Leute. Dieses Ding. Das wird unterscheiden. In einhunderten. Ich seh' einen, irgendwie, einen der schießt, einen der bringt. Ich versuch' mal'n Schuss. Du hast keinen Emotion genommen. Brau' ich nicht. Der ging ganz knapp an seiner scheiß Birne vorbei. Er hat aber gesehen, wo ich hergeschossen habe. Beziehungsweise er hat's vermutet. Alle drei sind nämlich aus dem Weg gegangen. Pass auf, Zombie. Mehrere. Zwei. Komm, komm. Ich will die töten, aber du bist im Weg. Alles gut. Ich bin draußen, jetzt zieh ich wieder rein. Du? Nicht auf mich. Oh, Alter. Verbinde dich. Geh in Deckung und verbinde dich. Nicht da, jetzt. Komm zu mir. Ich kann nicht, jetzt. Komm zu mir, verbinde dich. Ich verbinde dich. Ich pass' auf. Wir müssen hier weg. Wir haben uns hundertprozentig aufgeklärt. Ja. Hab' ich verstanden. Ich bin doch dabei. Aber ey, ich hab' zwei Schüsse beim ersten, bei der ersten Salbe abgesetzt. Ich ging so nah an ihrer Drecksmöhne vorbei. Da kommt was. Ja, ja. Ich prüfe. Es ist Gollum. Der will bloß einen Ring. Aber den kriegt er nicht, der Arsch. Hab' ihn. Danke dir wohl für deinen Follow. Ich konnte das jetzt gerade eben nicht, aber das verstehst du sicher. So. Wollen wir nach hinten abhauen? Ja. Auf jeden Fall. Okay. Ich steh' wieder auf. Ja. Okay. Run. Ich komm' nicht durch. Hast du's geschafft? Nee. Fuck. Ganz ruhig. Behalte einfach mal kurz die andere Tür im Auge. Ich versuch' mich jetzt durchzubacken. Mann. Do it. Do it now. Do it. Ja. Mit, mit Rennen und Pfau kommst du durch. Okay. Jetzt hör' auf zu faulen, du Arsch. Nee. Ist eine blöde Idee. Nicht hier lang. Nicht hier lang. Nicht hier lang. Alles komm. Hier lang. Wir müssen so lange wie möglich gedeckt gehen. Komm hier lang. Komm hier. Wir gehen jetzt erstmal in ein mittelhoes... Oh, Zombie. Mittelhohes Haus. Bisschen weiter westlich. Ich nehme an, das ist westlich jetzt, wo wir lang rennen. Du bist jetzt auf dem Platz. Ja, aber ich bin ganz hart im Haus. Alles klar. So. Wir gehen jetzt da vorne durch die Dings durch. Also durch diese, diese, diese Häusergasse. Und dann suchen wir uns dann eine Position. Ist jetzt keine Beweg... Schüsse? Ich komm hoch. Ja, komm hoch. Fuck. Ist nichts passiert, aber fuck. So, lass mich mal wieder nach unten gehen. Kannst du ja. Hast du eine andere Position, wo wir hin können? Nein. Du bist einfach nur nach unten. Ja, ich will nicht campen hier oben. Und warten, dass uns rushen da... Gerne. Der Streamtitel? Ja, nur für dich. Ah, nice. Leo gechalten, ja? Hab ich gesehen? Oder gehört? Ja, nein. Das ist nicht lustig. Weil wir sind es nicht. Ich hab's nicht gehört. Also es muss bei euch in der Nähe sein. Alles klar. Hier rennt was. Wo? Die rennen... Geh weg vom Zombie. Boah. Positionswechsel. Scheiße. Scheiße. Guck mal auf, ein Zombie. Wir haben richtig blöde Positionen, aber daran bist ja nicht du schuld. Nee. Fokus auf den Turm? Der Typ hat von hinten geschossen, fand ich. Boah. Schon wieder Warte. Schüsse. Meine Güte. Warte. Schüsse. Ja, das war ich. Oh. Hat sich das laut angehört. Das war ein anderer Schuss als eben. Deswegen hab ich gedacht, jetzt bist du weggeknallt worden gerade. Okay. Wir wurden mindestens jetzt geortet. Los. Positionswechsel. Ganz schnell. Komm mit. Ich komm hier an der Leiche. Ich geh's euch an natürlich. Ja, ist mir egal. Komm. Ja, wie möglich. Weg hier. Andere Positionen. Sichere Positionen. Aber warum sind die... Ups. Wo hin? Hier lang. Warum sind die Zombies in unsere Richtung gerannt, obwohl wir nicht geschossen haben? Das heißt, es muss ja von hinter uns irgendwo gekommen sein. Da stehen zwei Zombies. Ja, hier sind die ruhig. Aber aus der anderen Seite nicht. Guck mal eben oben die Sniper-Positions ab. Ich seh keinen. Alles klar. Bist du links weiter gelaufen? Ja, ne? Ja. Ja, ich seh dich. Grünes Haus. Da taus ich niemanden. Ja. 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 Damit wir zu dritt rumlaufen und zusammen sterben können. Genau. Bist total unkollegial. Ja bitte immer. Achtung, die Silos links. Ja, ja. Bisschen um Auge behalten. Ja, ja. Erkannt. Ja, von dieser Position ist es relativ einfach zu sehen, ob da jemand ist oder nicht. Aber nur um die kleinen Silos würde ich mir eher Sorgen machen. Das Gebäude hier links auch, da kann man auch oben rauf. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich gerade nicht. Ich bin vor dir. Bestimmt. Hm? Oder warst du das jetzt? Ich bin auch bei den Schienen. Ich bin bei den Schienen. Bei den Schienen. Bist du links von den Sachen weiter gelaufen oder was? Da bist du. Das bist du. Das bist du. Das bist du, oder? Nein. Hast du auf mich geschossen? Nein. Mach da einfach QE. Da seid ihr weg. Hier ist einer bei mir. Ja, rau ihn weg. Das geht nicht. Mach einfach QE. Da weißt du das. Ich habe keine Schüsse gehört. Ich komme zurück. Orange Rucksack bin ich. Seid ihr beim Tech-Gebäude? Ich bin bei der Halle. Bei der Grauen. Ach, mit dem Doppeltor, ja? Ja, ja. Alles klar. Ich kann nur auf die Eingänge sehen. Aber ich sehe keinen. Siehst du den Matschberg? Genau. Ja. Ja, okay. Dahinter bin ich. Direkt hinter dem Matschberg. Okay. Wo ist der Typ? Der war hinter diesem Dings links. Diesen Dings links? Hinter der Halle links. Alles klar. Der hinter dem Dings links. Alter. Der ist mir nicht nachgeland. Geland? Der, ich war in der Sackgasse. Aber er kam mir nicht nach. Ich weiß halt nicht wohin ist. Fuck. Alles klar. Bleib da. Ich gehe weiter links rum. Dings links. Bleib stehen? Ja. Alles klar, du bist das. Ich sehe dich. Darf ich mich jetzt weiter bewegen? Ja, ja, ja. Ich sehe dich. Ich darf mich jetzt weiter bewegen. Ich kann deinen Rücken überwachen. Natürlich drauf an, wie weit er jetzt mit geht. Okay. Easy going. Bleib mal da. Du stehst doch mega scheiße. Ja, aber er kann ja, er muss ja hier entweder lang kommen. Alles gut. Ich, ich. Oder er rennt links rum. Er war auch... Ich auf der anderen Seite. Ich bin jetzt quasi genau auf der anderen Seite. Sehe niemanden. Innendrin ist er niemanden. Du rennst jetzt gerade gegenüber, ne? Ich bin auf der anderen Seite, ja. Du rennst auch gerade aktiv, ne? Ja, ja. Aktiv. Nicht pass tief, sondern ich kenne aktiv. Gut, okay. Ich bleib einfach da ab, wo du eben auch was. Denn hier ist keiner. Ja, da hat er sich nach hinten weg verschoben. Ja, kein Problem. Wollte er machen? Also nicht nach vorne hin. Ja, du rennst zu mir, genau. Okay, du hast gerade um die Ecke gepiekelt. Ja, 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 ja. Weißt du? Okay, pass auf. Der war hier. Ich zeig dir das eben kurz. Komm mit. Pass auf, da ist er! Wo? Hier, da. Warte, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich schieße auf ihn. Warte, pass auf. Ist er tot? Nein. Ich rush ihn. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihn gut gerusht. Bist du das? Ist er da links weg? Ich bin in der kleinen Halle. Da links weg? Ja, ja, ja. Irgendwie ja. Oder reingerannt. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Bist du da? Nein. Nein. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn. Warte mal nachschießen oder was? Ja, ich bin's. Ja, ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ja, ich weiß nicht was. Geh mal in Deckung. Da kommt ein fucking Zombie. Du hast einen Schally drauf. Warte, ich mache. Ja, ja, ja. Alles klar. Ich check mal kurz den Puls. Heilige Maria, Mutter Gottes. Willkommen einer. Ja, wir sehen euch. Hey, Bro. Hey, Bro. Ja, der hat nichts. Kann dir talk? Kann dir talk? Oh, weit. Stand still. Kann dir talk mit uns? Ja, der hat nichts. Kann dir talk mit uns? Puh. Kann dir talk mit uns? Gern dir talk mit uns? Aha, jetzt hab ich's hier. Ehhh, live. Hi. Ja, so ein bisschen. Ja, ich hab's schon gesagt. Vor 3 Sekunden gebrochen und dafür. Ja, nicht viel wie du siehst, nur durstige Leute. Sonst ist nichts so. Also es steht kein Name auf dem... Also ich denke schon, ich denke schon. Ja, sicherlich. Ob ihr das hier in irgendeinem lagert, dass du wollt? Ne, ne. Ja, also wir lieben dieses Grün, aber der gehört nicht dazu. Hey! Ich hab dir nochmal Essen hingelegt. Geh mal bitte gleich in die grüne Bude, da liegt der im eigenen Garten. Ich hab dir hier Essen auch noch hingelegt an Brunnen, ne, also falls du gleich weiterkommst. Niemals vergessen, es gibt immer noch gute Leute bei DC, aber sie werden selten. Wer die Spiegel von Dänisch in Nerf, wurde anschließend produziert. Untertitelung des ZDF, 2020